Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen beim neuen Bad von The Evil Within. Jo, wir sind hier mitten in der Kaka. Dieses Spiel macht einen fertig. Diese blöde Langhaarhexe, ne? Wir müssen jetzt die umbringen. Das ist aber gar nicht so einfach. Was ist denn? Schert das nicht mehr oder was? Achso, ich bin doof. Ich muss das ja dumm anschießen. Ja, wir müssen die Hexe besiegen versuchen, so gut es geht. Schrot, schön und gut. Ich fürchte Schlimmes. Ich fürchte Schlimmes. Oder wir müssen nachladen, unbedingt. So, und hier vielleicht noch ein paar Bolzen mit Glück. So, ja, ja, da kommt sie schon. So, das sieht man schon mal. So, andere Waffe. Ich würde sagen, die hier kommen. So, dann nehmen wir mal ein Stück. Ich bin ganz viel konzentriert. Ich werde nicht viel reden. Wo ist sie denn jetzt? Die ist jetzt abgehauen. Haben wir das also gut gemacht, oder wie? Okay. Schlau, das hat mir das gut gemacht. Ich dachte, das würde jetzt ein bisschen länger gehen. Na. Also, diese Alte macht mich fertig. So. Da kann ich leider nichts mehr herstellen. Schade. Ja, dann werden wir beim Scharfschützen gewertet dabei bleiben. Und ja. Gehen wir halt weiter. Das wäre halt cool, wenn man es entschärfen könnte, aber ich bin da zu schlecht. Schrot haben wir dabei genug. Die brauche ich nicht zurzeit. Ähm. Ja. So. Okay. So. So. Schrotz Jetzt hat sie mich Ja, sie hat mich Nein, 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 scheiße Oh man, ey Das ist so fies Ich muss die Bombe zu meinem Vorteil nutzen Versuchen Nein, 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 scheiße Das lief nicht gut Aber wir kommen, glaube ich, schon langsam ein bisschen vor Mein Herz Nachdem, wenn ich die jetzt noch schaffe In dieser Aufnahmesession ist Aus Derweil aus und Ruhe So Oh Gott, ich habe vergessen nachladen Ich blödes Händl Ich blödes Händl Ja, ist schon fail Darf ich eigentlich gar nicht mehr weiterspielen Drei der besten Dingens verschossen Darf ich eigentlich gar nicht mehr weiterspielen Gar nicht mehr Nein Ja, bring mir um Das darf ich gar nicht mehr weiterspielen Das war Das war Mega schlecht Mega schlecht war das Mega schlecht Das darf Das ist verboten Das darf ich gar nicht mehr weitermachen Echt nicht Na Mega schlecht war das jetzt Pfui Da kann ich mich selber gerade eine reinhauen Mega schlecht Voll vergessen Voll vergessen Die Waffe nachzuladen Mega schlecht Elektro haben wir sogar noch einen Das ist sehr gut Den werde ich vielleicht brauchen Entschuldigung, da musste ich kurz husten So Nachladen Waffe So 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 And that's where he wants to cook Ah, ist sie getroffen Ich weiß es nicht mal Ähm Da Ist sie weg? Ich glaube sie ist weg Meine Nase Alter, meine Nase läuft So Das hätte ich auch vielleicht nutzen können So Alter, meine Hände schwitzen So Bolzentechnisch So So Schuss! Nein, ich wollte gerade weg, lauf! Ach, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin, ich bin voll fertig, ey. Oh Mann, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das beim besten Willen nicht hin. Ich hätte nicht gerade schmeißen sollen, ich blöde Kuh. Boah, ey. Diese Tipps sind auch nicht besonders super, weil in dem Fall müssen wir ja gegen sie kämpfen. Diese Tipps sind ehrlich gesagt gar nicht gut. Ich würde gerne da nach hinten. Ja. Ja, ich bin ein wenig enttäuscht von mir selber. Äh, ja. Ja, ich bin ein wenig rum. Was ist das? Das war's? Gut, meine Nase läuft schon wieder. Alter, okay, das hätten wir. Gut, das hätten wir. Dahinten war jetzt nichts, munitionstechnisch natürlich nicht, wäre ja zu einfach. Okay, so, durchschleichen. Gut, das war schon sehr super so. Das war schon sehr, sehr super. Ich meine, andererseits, ich weiß jetzt nicht, ob ich dran verrecken werde, das ist eh wurscht, aber andererseits, einerseits würde ich sagen, brauche ich fast die Items, die man hier kriegt. Ja, super. Weil, ich würde mir gerne die Bolzen da herstellen. Ganz ehrlich gesagt. Ja. Nicht verdrücken. Passt. Ich werde sowieso stürmen. So. Äh. Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Oh Gott, Panik, Panik, Panik! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf! Ist sie weg? Sie ist gerade weg! Oh Gott! Oh Gott, ich habe nichts mehr, ich bin am Beinen, echt! Ich bin gerade echt am Beinen! Ich habe nur mehr die normalen Pistolen! Reaktion! Alter! Und jetzt? Ah, hier! Hä? Was? Ah, jetzt, wo geht's? So, aufsammeln! Höch! 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 Dass man auch immer irgendwo bei irgendeiner Scheiße hängen bleiben muss. Nein, ich wollte das Ding haben. Mann, wie Scheiße ist denn das jetzt, echt. Ja, ich bin hier reingelaufen, ich bin hier reingelaufen, ich bin hier reingelaufen. Weil ich dachte, das war doch. Ja, egal. 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 Ist egal. Boah, ich werde deppert. Dieses Spiel macht mich krank. Echt. Alter. Na. Ey, jetzt muss ich das nochmal machen, wie Scheiße. Weil es darum keinen Kontrollpunkt gab. Alter, das kriegt null Schaden, glaube ich. Ich krieg, echt, ich krieg die Krise. Muss ich schon sagen. Jetzt haben wir uns eigentlich so gut geschlagen gehabt und war wieder für die Fisch und für die Katz. Echt. Das ist halt schon nervig. Warte, wenn die jetzt keine 20.000 gibt, Alter. Zeit. So dressed. Passt. Na, echt unglaublich. So, jetzt muss ich hoffen und beten, dass das hier nochmal klappt. Ja, Gott sei Dank. So, schnell basteln. Oh Gott, das ist richtig. Also das ist richtig. Das ist richtig. Bullshit, wirklich. So. Oh Gott. Mein, mein Armer, meine armen Finger, echt. Gott sei Dank. So. Ich schwitze, derbe. Mann, ey, ich schwitze so viel. Das ist ekelhaft, wirklich. Richtiger ekelhafter Boss. Hinter mir, hinter mir. Alter, ach, ich geb's auf. Nein, das back ich nicht. Ich back das nicht. Gar keine Chance, gar keine Chance. Gar keine Chance, das zu backen. Gar keine Chance, das ist echt übel. Gar keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ich bin voll enttäuscht. Boah, ey, die verträgt auch so viel, ne? Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Kacke hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.